Gottfried Keller Reisetage In einer gewissen Epoche des Lebens gewähren uns wohl die reinsten und erhabensten Erholungen, jene fröhlichen Fußwanderungen, welche wir etwa mit einigen Freunden von gleichen Anlagen gleicher Lebenslust und Lebensansichten zu machen pflegen. Wie man sich in solchen Fällen in allen materiellen Bedürfnissen scherzend und liebreich aushilft, ja meistens die Kasse, ohne zu fragen, wer am meisten hineinzulegen hat, gemeinschaftlich führt, ebenso teilt man auch gebend und nehmend den schöneren Schatz des Wissens und der Erfahrung und bald ist es der, bald jener, welcher das Amt der Belehrung über vorkommende Reisemerkwürdigkeiten übernimmt. Wie reich und anregend aber auch die Tage einer solchen Wanderung an unserem Gemüte vorübergehen und wie reizende Bilder sie auch in dem offenen Album unseres inneren Auges hinterlassen, so bereiten uns doch die Abendstunden solcher Tage noch die gemütlichsten Freuden, wenn man angekommen in irgendeinem freundlichen Dorfe oder in einem kleinen altertümlichen Städtlein die gastliche Herberge aufsucht, wo man Ränzel und Stab abwerfen und, während man behaglichst ausruht, das Leben und Treiben der Unbekannten und doch allwärts sich so immer gleichen Menschenkinder anschauen kann. Mitten auf einer solchen Reise waren zwei Freunde, Plankow und Nestele, begriffen. Es waren dies zwei fröhliche Studenten, die sich beim Rauschen den Gelage gefunden, bald aber auf der stilleren Stube näher kennen und lieben gelernt hatten. Sie gehörten zu denen, welche sich schon ernstlicher mit ihren Lebensaufgaben beschäftigten und ein wenig mehr im Kopf betragend als eben nur Bier und Waffen kommend, sich freischicklich und beobachtend im Leben zu bewegen wussten und von beschränktem Studentendünkel, wie er vorzüglich auf den süddeutschen Hochschulen zu Hause ist, keine Spur an sich trugen. Dass sie aber zur rechten Zeit sich von keinem Renommisten weder unter den Tisch trinken noch schimpflich ausschmieren ließen, konnte man ihrem Gewandten und Kräftigen äußern wohl ansehen. Plankow war ein hochgewachsener Kekker-Norddeutscher, Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, von feurigem Geiste und bereter Zunge, der sich sicher und gewandt in allen Verhältnissen zu bewegen wusste und schon mehrere Jahre in Berlin zugebracht hatte, eher zur Veredelung und Pflege seiner herrlichen Geistesanlagen als zu einem beengenden Brotstudium. Man konnte ihm wohl anmerken, dass er, wenn er einst im Besitz seines zu erwartenden Vermögens wäre, sich wenig um eine gute Anstellung oder um eine weitläufige Praxis kümmern, sondern seinem Drange zu poetischem und künstlerischem Wirken freien Lauf lassen würde. Nestele aber war ein lieber stiller Schwabe von mittlerer, etwas beleibter Statur, mit milden, bescheidenen Augen. Als einer von den sieben Söhnen eines nur wenig bemittelten Beamten musste er seine Studienzeit so anwenden, dass er die mit einiger Mühe gebrachten Opfer seines Vaters zur Grundlage einer festen, nachjährigen Existenz machte. Auch er nährte zwar einen Funken von Phöbus' göttlichem Feuer im Herzen, aber mit stiller Resignation hoffte er, einst glücklich zu sein, wenn ihm ein bescheidenes Amt nur Muße genug ließe, in den Blüten- und Fruchtgeländen anderer auserwählter Gärtner zu wandeln und zu genießen. Könnte er dann noch im eigenen Gärtchen etwa ein verborgenes Blümlein ziehen, das einen anspruchslosen Wanderer gelegentlich erquickte, so wären seine kühnsten Wünsche sattsam erfüllt. Er lebte und webte ganz in dem mittelalterlichen Paradiese seines schönen Schwabenlandes und wenn Plankow den sangerfüllten Trinksaal in Valhalla umschuf, sich als heldenseligen Einherier und das schlanke Kellnermädchen als mutige Walküre dachte, die ihm den Medreiche, so versetzte sich Nestele gerne als Minnesinger auf die Zinnen einer alten schwäbischen Burg und die Kellnerin war ihm dann immer ein schönes, sanftblickendes Burgfräulein, das ihm den funkelnden Römer kredenzte. Nestele hatte seinen Freund beredet, die Herbstferien mit ihm zu einem Besuche in sein väterliches Haus zu verwenden, und so waren sie, nachdem sie die Post bis Köln benutzt hatten und von da den Rhein aufwärts zu Fuße wanderten, an einem schönen Septemberabend in ein kleines Städtchen eingerückt, wo sie zu übernachten beschlossen. Sie kehrten im vornehmsten Gasthause zur blauen Lilie beschildert ein, und nachdem sie von den höflichen Leutchen, sogleich als Kinder aus gutem Hause erkannt, in die große Gaststube geführt worden, warfen sie ihre Tornister und ihre breiten Strohhüte froh auf eine lange Ofenbank und machten sich also bald mit jugendlicher Heiterkeit über die indessen aufgestellten Erfrischungen her. Wer so einen sonnigen, heißen Tag munter und behende auf der Reise in einer reizenden Gegend, zumal wie am Rhein, wo die Rebenhügel uns von allen Seiten bedeutsame Grüße zuwinken, zugebracht hat, der weiß, wie einem dann das Abendbrot in einem reinlichen und wirklichen Gasthause so trefflich mundet. Und so wird es der freundliche Leser unseren jungen Wandersleutchen gewiss nicht übel auslegen, wenn sie die Flasche Affenthaler, welche sie vor sich sahen, ein wenig schnell um ihren feurigen Inhalt gebracht hatten. Als aber der geschäftige Wirt so ein Rechter etwas dicker überall und nirgends keuchend herankam und eine zweite Flasche bringen wollte, verbaten sie sich dieses bis auf das eigentliche Nachtessen, in dem der eben eingenommene Bissen und Trunk nur so eine Art Vorläufer und Quartiermacher gewesen sei. Sie ließen sich nun auf ihr Zimmer führen, kleideten sich dort ein wenig um und ergötzten sich dabei höchlich an der baumwollenden Pracht in Gardinenbetten und an den geschmackvollen Wandbildern, die man gewöhnlich in solchen Gasthofzimmern antrifft. Um beschaulich und ruhig zu verschnaufen, legten sich unsere beiden Studenten unter das Fenster, das auf die Hauptstraße des Städtchens ging, und erfreuten sich da weitlich an den altertümlichen, bald bemalten, bald mit gotischer Steinhauerei bedeckten Häusern, zwischen welchen hier und da gar vorwitzig dünkelhaft ein modernes, blankgeweistes Kaufmannshaus hervorstach. Es währte jedoch nicht lange, so hatte der scharfsinnige Plankow schon ein paar niedliche Mädchenköpfe hinter einem Fenster über der Straße entdeckt, welche neugierig und vielleicht ein wenig sehnsüchtig die fremden Jünglinge belauschten, während der gutmütige Nestele vergnügt den Lärm der Kinderlein beobachtete, die unter den Augen ihrer plaudernden Mütter in der Straße spielten. Der schöne Abend ließ indessen unseren beiden Freunden nicht lange Ruhe und sie beschlossen, noch ein bisschen hinauszugehen ins Freie. Die uralten Stadtmauern und Türme solcher Nester, meinte Plankow, gewähren einem meistens mehr Unterhaltung und geben dem malerischen oder poetischen Sinn bessere Nahrung als der ganze Menschenquark, den sie umschließen. Und Nestele stimmte ihm hier ein Vollkommen bei, nur fügte er noch hinzu, dass besagter Sinn an dem inneren Treiben solcher Städtlein hin wiederum doch mehr Nahrung fände als in unseren großen heutigen Hauptstädten, welche weder interessante Einwohner noch merkwürdige verfallene Ringmauern hätten. »Hast auch wieder recht, Junge«, antwortete Plankow, »anstatt der mit Efeu und wunderlichen Türmchen und Schießscharten versehenen Mauern finden wir dort Vorstädte voll Hunger und Elend, mit nüchternen Barrieren und traurigen Gendarmen, und die Einwohner sind dort bei ihrem unnatürlich aufgeklärten Wesen und äußerlicher Gefühllosigkeit, darum nicht weniger kleinstädig, schwarzhaft, verleumderisch und neugierig. »Und dann, wo findest du jene blühenden, bescheidenen, so unaussprechlich anmutigen Mädchengesichter, wie wir schon einige vis-a-vis gesehen haben, ehe wir nur eine halbe Stunde hier waren?« »Oho, Bursche«, erwiderte Nestele, »mich dünkt, du habest in Berlin doch auch etwas derart entdeckt. Oder was hat dich denn so oft in den schwarzen Frack gejagt, den du sonst nicht ausstehen kannst? War etwa die Schwarze in der Mittelstraße nicht unaussprechlich? Anmutig?« »Nun ja«, sagte Plankhoff, »etwas verlegen. Das ist eben eine interessante Dame, und wenn man solche gewöhnlich nur in größeren Städten findet, so laufen sie doch auch nicht dutzendweise herum.« »Concedo«, versetzte Nestele, »und ich möchte die Behauptung aufstellen, dass der Typus jener deutschen, frommen und lieblichen Mädchen gestalten, die uns in den Werken der altdeutschen Maler so sehr entzücken, durchaus nur noch in den kleinen Städten anzutreffen sei.« »Und woher kommt das?«, klagte Plankhoff. »Woher anders, als weil die einfältigen Dinger nicht mehr wissen und merken wollen, was sie ziert und anziehend macht in den Augen eines echten Mannes. Aber wer ist schuld daran? Wir selbst. Und solange wir unsere Kleider und Sitten noch aus Paris beziehen, solange werden auch unsere Weiber nicht gescheiter werden. Die Franzosen tun sich wunderwas zugute auf ihren Louis XIV, aber nicht seiner etwaigen anderweitigen Eigenschaften wegen, sondern weil er ein geschmackloser, unnatürlicher Kauz war und den Fluch der Kleideretikette aufbrachte. »Oh, Frack! Oh, du herrlicher Seidenhut! Oh, buttergelbe Glacé-Handschuh! Oh, Zuckerwasser!« Nestele unterbrach ihn hier mit einem herzlichen Gelächter. »So tröste dich einstweilen noch in deinem Zorn. Diesen Herbst werden wir es in den leichten, weiten Reisekleidern schon noch aushalten, und im Winter wollen wir eine Revolution des Kostüms anzetteln. Wir werden die Schneider in Enthusiasmus setzen, dass sie lieber die Kunden verlieren, als ferner eine französische Hose oder Weste machen. Wir werden Bildersturm erheben gegen alle Modejournals. Dann, oh lieber, werden wir wieder einherwandeln im faltigen Samtkleid und Lederwams, Schwert an der Seite, die schwanke Feder wird wieder fröhlich fliegen wie ehemals. Die Mägdlein werden in schweren Seidenstoffen Kränzlein im Haar zur Kirche ziehen, güldene und silberne Ketten und Spangen die Menge, denn dass der Wohlstand mit der alten Sitte zurückkehren wird, versteht sich von selbst. Indessen vergiß deinen Harm und lass uns das allerliebste Krämers Töchterlein dort näher ins Auge fassen. Sie waren während diesem Gespräche auf die Straße gekommen und sahen in einem Laden, in welchem alle menschlichen Bedürfnisse wie in einer Arche Noah für den Fall einer zweiten Sintflut aufgetürmt zu sein schienen, wirklich eine schlanke Jungfrau sitzen in einem knappen hellgrünen Hauskleide, gar emsiglich allerlei alte Chroniken in Düten umwandelnd. Dann und wann schien sie aufmerksam in einem der unglücklichen Blätter zu lesen oder etwa einen Holzschnitt daraus, der vielleicht keinen geringeren Meister als Dürer oder Martin Schön zum Urheber hatte, für das kleine Brüderlein beiseite zu legen, welches im dämmernden Ladenwinkel sein Spielzeug nach und nach unvermerkt in die holde Nachbarschaft der Weinbeeren- und Mandelnbehälter praktiziert hatte. Untertitelung des ZDF, 2020